Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Stäffel 4 So, wir gehen in den Neta, wir brauchen wieder Neta Rack Achte Jot Button für ein Empfangskomitee Button für ein Empfangskomitee Das ist ja du schiefst, denkst du. So, die Maumau noch schnell kaputt und da müssen wir durch mal nach schenken bei den Öfen. Na, tolle Wurst. Wir schenken erstmal noch. Ich wusste gar nicht, dass so viele anbeladen sind. Ok, wir tauschen aus. Kommen wir da irgendwie ran? Wir sollten den einmal hier entauschen. ... ... Das war's für heute. Oh! Halt die Klappe! Okay, wir schenken nach, beziehungsweise öffnen einen weiteren Taktofen, ne, wir schenken nach. Oh! 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 Nein, wir lassen keinen Block zurück. Niemals, niemals. Zwei sogar schon. 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 Oh, der hat einen süßen Helm auf. So, noch zwei Spitzsacken. Dann können wir wohl wieder mal die Öfen befeuern hier. Ob er mir einfällt, vielleicht sollten wir den einen schon mal nachschinken. Ich habe immer so ein ganz schlechtes Zeitgefühl bei dieser Ofensache. Das ist eine schöne Sache. So, noch mal auf. So, noch mal. So, noch mal. So, noch mal. So, und das Ding muss hier langsamer weichen. So, und das Ding muss hier sein. So, und das Ding muss hier sein. So, Abmarsch. So, und jetzt brauchen wir logo. So, da ist unser Enderblock. Mist, ich dachte wir kommen ein bisschen weiter. So, da ist unser Enderblock. 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 So, bis wohin kann ich denn jetzt theoretisch? Dann machen wir mal vor, jetzt selber bis hierhin. So, da ist unser Enderblock. 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 Und hier gibt es dann ein Fugendbräusschenspitze, bedanke mich, bis dann.